Hallo und herzlich Willkommen in Deinem wahren magischen Sein. Ich bin Mirna und begleite Dich in dieser Meditation. Mache es Dir bequem und tauche mit mir in die Wunderwelt Deines wahren magischen Seins ein. Nimm drei genüsslich tiefe Atemzüge. Atme tief ein und atme aus. Atme ein und atme aus. Einmal noch. Atme tief ein und dann genüsslich mit dem Seufze wieder aus. Wunderbar. Nun tauchen wir gemeinsam in ein wahres magisches Sein ein. Bist Du bereit? Hier ist alles möglich und alle Deine Begrenzungen, die Dein Verstand Dir einreden will, sind fort. Nichts und niemand kann Dich stoppen, da Dein kritischer Verstand hier keine Chance hat, sich gegen Dich zu stellen. Du befindest Dich an einem klaren, frischen Sein. Das Wasser glänzt herrlich und eine leichte Brise streichelt Dein Gesicht. Du atmest die wunderbare, klare, frische Luft ein und beschließt dann, auf einem Tauchgang in den See zu gehen. Langsam näherst Du Dich dem See. Du zählst die Schritte und mit jedem Schritt näher am See tauchst Du tiefer in dein wahres Selbst und Dein kritischer Verstand ist still. 10, 9, 8, Du bleibst immer tiefer und tiefer, 7, 6, 5, immer tiefer und tiefer, 4, Du singst immer tiefer in Dich hinein, 3, 2, 1, Du befindest Dich im klaren, frischen See und tauchst in diesen hinein. Gratuliere, Du hast es geschafft. Hier befindest Du Dich nun im Wunderland Deines wahren, magischen Seins. Du spürst die Frische und die Klarheit in Dir und um Dich herum. Mühelos gleitest Du durch den See. In diesem Zustand ist nichts mehr unmöglich. Die liegen alle Träume zu Füßen. Du kannst Dich nun entscheiden, welche Deiner Traumrealitäten Du besuchen möchtest. Es gibt hier unter Wasser mehrere Höhlen, durch die Du in eine andere Deiner Traumrealitäten gleitest. Wähle eine Höhle und lasse Dich verzaubern von der Schönheit Deiner neuen Welt. Bevor Du in die Höhle eintrittst, nimm nochmal drei tiefe Atemzüge und sag in Gedanken oder laut, Danke, dass hier die wunderbare Welt meines magischen Wahn, klaren Seins entdecken kann. Und schon wirst Du wie von alleine durch die Höhle in Deine neue Welt gezogen. Hier werden wunderbar, wie magisch und von alleine kannst Du beobachten, wie vor Deinen Augen alles geschieht, was Du schon immer erträumt hast. Deine Wunschrealität ist voller Wunder und magischer Momente. Du kannst sie sehen, fühlen und erleben. Gib Dich Deinem wahren, klaren, magischen Sein einfach hin und schau, wie wundervoll sich Dein Leben plötzlich entfaltet. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF für Standes Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020